Du musst die Peitsche spüren. Das Bootcamp der strengen Lehrerinnen. Erwachsenenbildung der besonderen Art. So lautet der Titel der neuen Femdom-Fantasie von Kurt Moritz. Das Büchlein ist jetzt bei Amazon erschienen und dort sowohl als Printausgabe als auch in Form eines preisgünstigeren E-Books erhältlich. Um was geht es? Der von seiner ebenso jungen wie arroganten Chefin degradierte Redakteur Michael Brückmann soll nach Paris abgeschoben werden. Als Assistent der dortigen Korrespondentin. Zuvor aber muss er in einem französischen Institut seine Fremdsprachenkenntnisse aufbessern. Doch das von strengen Ladies geleitete Institut erweist sich schnell als Bootcamp für Erwachsene. Michael lernt dort nicht nur Französisch, sondern auch Gehorsam und Respekt vor den gnädigen Damen. Die sadistischen Strafen, die ihm immer wieder auferlegt werden, erträgt Michael mit Lust und Demut. Dermaßen geläutert kehrt er als gehorsamer Diener seiner Chefinnen in den Verlag zurück. Doch dort setzt es gleich wieder eine extravagante Strafe nach der anderen. Viel Spaß beim Lesen. Wie gesagt, erhältlich ist dieses Büchlein bei Amazon. Strafe muss sein.